ja hallo und herzlich willkommen zum heutigen video heute darf ich euch mal wieder ein sehr schönes auto vorstellen und in diesem video format mache ich das so ich mache das immer in drei teilen das heißt als erstes schauen wir uns mal an welche ausstattungsvarianten welche assistenzsysteme welche farben welche ausstattungsdetails es gibt welche motorenvarianten dann gehen wir als zweiten step in eine kalkulation rein das heißt also wir kalkulieren das auto einmal komplett gehen mal durch wo wir überall unser häkchen hinsetzen können und als dritten step gehen wir dann auf eine andere internetseite noch das zeige ich euch alles im netz und dann zeige ich euch mal mit welchen konditionen und mit welchen beispielen wir privat lesen können oder geschäftlich lesen können oder auch jeweils privat oder geschäftlich eine vario finanzierung machen können erkläre ich euch alles dann im video wie das dann funktioniert die links zu einem fahrbericht zu den ganzen seiten die ich euch jetzt zeige zur finanzierung und auch zur kalkulation setze ich euch in die video beschreibung reinschaut da einfach mal unter das video drunter und dann noch ein kleiner technischer hinweis wenn ihr in diesem video wenn ich gleich meinen monitor abfilme in der mitte des bildes so ein bisschen was verschwommenes sieht so wie so kleine schlieren dann ist es nicht euer monitor ihr müsst euch da jetzt nicht irgendwie gedanken machen das kommt manchmal zusammen das hat mit unterschiedlichen frequenzen des monitors und der kamera zu tun also das nur als kleiner hinweis sorry dafür geht aber nicht anders also mit eurem monitor ist letztendlich alles in ordnung dann würde ich sagen ich wünsche euch viel spaß beim video ja hier haben wir wieder eins dieser autos marke daccia laut werbung ist das für herrschaften die keinen wert auf prestige legen ich finde aber mittlerweile hat sich rumgesprochen dass dacia sehr schöne autos baut dacia ist ein tochterunternehmen von renault das heißt die ganze technik antriebstechnik und so weiter motoren getriebe etc ist alles von renault und wir wissen eigentlich dass renault ordentliche autos bauen kann und das was wir hier entsprechend haben wir haben hier autos die so weit runter gepackt worden sind von der ausstattungsmöglichkeit dass wir hier einfach eine solide tolle technik haben mittlerweile auch finde ich schöne autos schön gezeichnete autos und das zu preisen die absolut unmöglich eigentlich sind ihr seht der dacia sandero in der standardvariante kostet 8500 euro 8500 euro es gibt einzelne extras bei premium hersteller die kosten so viel geld und mehr also man kriegt hier ein komplettes schönes familienauto für ab 8500 euro also das finde ich wirklich sensationell wir gucken uns das ganze mal so ein bisschen an wir haben hier jetzt die möglichkeit ganz wichtig immer hier die angaben zu verbrauchswerten und co2 werten das ist immer wichtig sich vorher anzuschauen wenn man sich für ein auto interessiert und eben auch diese umweltfaktoren vergleicht ich muss allerdings sagen dadurch dass wir hier sehr kleine motoren haben 4,3 liter 6,1 liter 5,6 liter also die verbräuche sind hier wirklich super super gering das kommt auch noch dazu wir haben hier die access variante und die bekommt man wirklich man kommt man bekommt ein komplettes auto für 8500 euro also kann man definitiv kaufen allerdings sind hier kaum extras drin da muss man zum beispiel noch selber kurbeln keine elektrischen fenster heber aber es ist möglich sowas zu kaufen dann haben wir die essential oder die komfort variante die kalkulieren wir gleich auch mal ein bisschen möchten wir gerne haben wir gucken aber noch mal uns das auto an das sind fünf türe mit einer heckklappe größenmäßig vergleich etwa mit polo klasse oder hyundai i20 zum beispiel also kein richtiger kleinwagen aber auch noch kein golf keine golf größe und hier seht das schöne große heckklappe fünf türen also ich finde mittlerweile auch hier ein richtig schön gezeichnetes auto da gibt man sich wirklich mittlerweile auch mühe und guckt euch das cockpit an schönes großes navi touchplay hier so ein bisschen naja wäre jetzt glaube ich übertrieben in dacia irgendwas von carbon rein zu denken aber es sieht so ein bisschen aus und ich finde es ist aber schön gezeichnet hier die klimaanlage ein schönes lenkrad mit relativ vielen tasten also das ist richtig schön gemacht bei dacia immer es gibt keine automatik getriebe sondern nur schaltgetriebe fünf oder sechs gang getriebe haben wir hier jetzt und das gucken wir uns aber gleich noch an wenn wir in der in der kalkulation des in der konfiguration sind hier können wir doch mal dass das cockpit uns anschauen automatik klimaautomatik gegen extra natürlich das ist klar aber das gucken wir uns gleich an hier haben wir mittlerweile auch touch display wir haben hier navigation entsprechend mit drin verschiedene varianten oder hier auch eine media control app das heißt also auch hier könnt ihr das auto mit eurem smartphone verbinden die ausstattung wir haben hier sechs airbags also hier muss man sich jetzt keine sorgen machen dass das ding unsicher wäre wir haben hier aktiver notfallbremsassistent das heißt das auto bremst dann auch automatisch wenn wir den haben wenn ihr selber nicht aufpasst einparkhilfe vorn und hinten toter winkel warner berganfahrhilfe elektronische parkbremse tempomat dann haben wir hier e-call automatischer notruf der muss ja mittlerweile drin sein aber das ist alles hier schon entsprechend mit drin hier geht es ein bisschen um wartung abmessungen ich gehe wie immer jetzt nicht auf jede auf jedes detail dieser seite ein sonst wäre hier zu lange unterwegs hier noch mal die drei varianten access essential und komfort und wir nehmen uns jetzt die komfort variante mal vor dann haben wir hier motor varianten benzin flüssigkeit wenn also flüssiggas haben wir auch 5 gang getriebe 6 gang getriebe und wir nehmen mal die größere variante muss ich gerade mal schauen die 90 ps variante hier ist die flüssigkeit ne flüssigkeit machen wir nicht wir machen die 90 ps variante nehmen wir und ach doch ich habe straft mich hier das ja lügen es gibt doch ein automatisch getriebe dann nehmen wir das auch dieser motor mit also wir haben hier einen 90 ps motor frontantrieb mit automatik dann kalkulieren wir den mal so sieht das auto in weiß aus weißes standard ohne mehrpreis dann haben wir die möglichkeit schön in rot finde ich sehr schön dann haben wir hier moon stone gray oder so eine grau variante da sehe ich jetzt keinen großen unterschied dann haben wir hier das blau und wir haben hier ja so eine graue variante ich nehme das rot das hat mir jetzt am besten gefallen kostet 500 euro aufpreis haben wir die möglichkeit die standard felgen zu nehmen die sehen so aus für 400 euro aufpreis haben wir ein bisschen was netteres kommt machen wir das auto ein bisschen nett 400 euro ist jetzt auch nicht wirklich viel geld stoffpolster haben wir standardmäßig wir können uns hier dann umschauen aber guckt euch alleine mal das schöne cockpit an also wir haben ein sehr sehr schönes lenkrad mit relativ vielen funktionen am lenkrad selber wir haben ein analoges cockpit virtuelles cockpit gibt es hier noch nicht dann haben wir hier unseren automatik knauf und dann haben wir hier unser schönes cockpit das auto sieht hübsch aus gucken wir mal zur seite und gucken wir mal nach hinten gut die säulen hier sind sehr breit da muss man gucken das wird natürlich ein bisschen was von der rücksicht ein bisschen weg nehmen aber das müsste man dann bei der probefahrt mal sich genauer anschauen aber so sieht das ganze halt entsprechend aus bis jetzt in der kalkulation schöne felgen schöne rad schöne räder dann kommen wir hier zu den extras 8 zoll navigerät kostet 200 euro 200 euro investieren 200 euro ein witz navi kartenmaterial westeuropa achso okay habe ich jetzt falsch ausgesucht also wir nehmen hier westeuropa kartenmaterial das ist ja schnurz egal jetzt city paket einparkhilfe hinten und 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 nehmen wir mal wir packen das auto voll doppelter kofferraum ladeboden für 100 euro danke 100 euro ist nix komfort plus paket fahrersitz höhen verstellbar und 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 550 nehmen wir ja dafür geht ein anderes paket wieder weg also haben wir wieder geld gespart das ist mit dabei sicherheitspaket rückfahrkamera toter winkel warner nehmen wir ja tft display kombi instrument okay dann haben wir doch ein virtuelles cockpit bei dem neuen hier muss ich sagen da ist doch einiges mehr klimaautomatik nehmen wir auch und wir nehmen einparkhilfe vorn und hinten ja die kostet 250 euro das ist wenn ihr da in die aufpreislisten anderer hersteller gibt da gibt es gar nichts für 200 euro und hier ist das ding jetzt im prinzip komplett voll weil wir jetzt die maximal variante genommen dann gehen wir hier auf weiter und dann sind wir fertig das heißt wir haben unser auto kalkuliert wir haben hier ein sehr hübsches auto mit 14.390 euro sieht so aus wir haben alle extras die wir so haben navi und so weiter also alles was so was es so gibt guckt euch das auto an es sieht wirklich hübsch aus finde ich es sieht einfach hübsch aus da ist alles drin was sein muss mehr braucht man nicht und wie gesagt wenn wir hier die verbrauchswerte reingucken 4,3 liter 6,1 und 5,9 also braucht auch noch wenig sprit finde ich richtig richtig klasse so dann gehen wir hier von dieser zahl gehen wir jetzt mal auf die nächste seite nämlich zu six leasing und hier kann man sehr schön mit den finanzierungen privat leasing gewerbleasing und vario finanzierung arbeiten das zeige ich euch mal hier steht jetzt noch gewerbekunde das wollen wir jetzt nicht wir wollen in den privatkunden rein das heißt wir machen hier jetzt mal ein privat leasing und zwar hier haben wir den sandero jetzt gehen wir hier in das fahrzeug wählen und dann gibt es den einmal den gibt es nur als benziner dann wählen wir den und wir haben eben die also hier gibt es die drei varianten das ist eine etwas andere variante wir gehen wieder in die komfort variante rein und wir gehen in die 90 ps komfort variante rein die wir auch eben gewählt haben so das heißt wir haben jetzt hier die möglichkeit uns verschiedene zahlen einzugeben ich gebe hier unten immer ein 10 prozent anzahlung fürs leasing 36 monate laufzeit also drei jahre und 15.000 km pro jahr das gebe ich deswegen immer gleich ein damit wir die autos hier in dieser serie auch miteinander vergleichen können das heißt wenn ihr dieses auto mit zehn prozent anzahlt das sind 1269 euro das sollte möglich sein drei jahre leasen wollt für mit 15.000 km pro jahr dann bezahlt ihr für dieses auto 146,16 Euro ist glaube ich nicht viel geld das heißt wir gehen hier nochmal in die konfiguration rein die haben wir jetzt hier müssen wir jetzt hier nochmal nachholen wir hatten das rot was wir haben wollten ja dann haben wir das komfort plus paket ja dann gehen wir weiter in die sonderausstattung ich fliege jetzt hier drüber ihr könnt euch dann das selber mal aussuchen ein parkhilfe vorne und hinten klimaautomatik wollten wir haben kartenmaterial westeuropa wollten wir haben ja doppelter ladeboden also kofferraum 16 zoll felgen wollten wir haben und elektrische fensterheber auch hinten wollten wir haben so jetzt ist das auto komplett fertig konfiguriert mit 15.000 euro und 15 3 sind jetzt 500 euro mehr also nochmal bei zehn prozent anzahlung also 1539 euro 15.000 pro jahr 36 monate laufzeit zahlt ihr drei jahre lang jeden monat 177 26 inklusive mehrwertsteuer ich finde das ist für ein komplett schönes familienauto wirklich wirklich toll ihr habt wenig an spritt verbrauch also ich sag mal fünf sechs liter dürften hier möglich sein und das ist wirklich sensationell mehr braucht man eigentlich nicht so wenn er jetzt sagt okay ich habe aber keine zehn prozent anzahlung ich möchte gar nichts anbezahlen beim leasing dann rechnet er hier durch um dann müsst ihr 222 bezahlen wenn ihr jetzt zum beispiel sagen würde ich habe aber 20 prozent an also genau dann habt ihr 131 20 prozent anzahlung dann für 131 ihr könnt verlängern auf vier jahre oder länger dann rechnet euch das immer um ich mache das jetzt nicht komplett wenn ihr sagt okay ich fahre weniger oder mehr kilometer pro jahr spielt hier einfach mal mit rum und aber ich sag mal so 120 130 euro finde ich sensationell das kann sich doch eigentlich fast jeder leisten so dann haben wir hier die möglichkeit das ist jetzt hier privatkunde also alles inklusive mehrwertsteuer wenn ihr jetzt gewerblich seid dann könnt ihr hier drauf drücken und dann seht ihr steht hier was von gewerbestunden kunde preise ohne mehrwertsteuer jetzt gehen wir hier wieder aufs leasing zurück jetzt ist es aber so dass die seite hier das wieder zurücksetzt das heißt wir müssen unsere kalkulation gerade noch mal durch fliegen ersetzt leider dann immer hier auf der seite die komplette konfiguration um hier ist es ja jetzt zum glück nicht wirklich kompliziert muss ich jetzt kurz doppelter laden boden 16 zoll elektrische fensterheber hinten so jetzt haben wir das kalkuliert nochmal neu für den gewerbekunden auch hier gehen wir wieder von 10 prozent anzahlung 15.000 kilometer und 36 monate also drei jahren aus dann bezahlt ihr für dieses auto als gewerbekunde 152 euro plus mehrwertsteuer mit 10 prozent anzahlung wenn ihr jetzt zum beispiel als gewerbekunde sagt ich fahre aber ganz viel ich fahre 30.000 kilometer pro jahr das ist ja beim leasing meistens etwas teurer das heißt also mit 30.000 kilometer pro jahr habt ihr 186 euro also nicht gerade viel auch hier spielt hier einfach mal mit rum nur denkt bitte daran wenn ihr zwischen gewerbekunde und privatkunde hin und her switch geht eure kalkulation jeweils verloren das heißt ihr müsst eure konfiguration dann neu machen also wir können uns dieses auto leisten für zwischen 120 und 130 euro ihr habt dann noch die möglichkeit dieses vario leasing hier zu nehmen also vario finanzierung das ist jetzt hier einmal für den gewerbekunden oder auch für den privatkunden möglich das heißt ihr habt dann die möglichkeit beim normalen leasing gibt ihr das auto ja nach der laufzeit wieder zurück beim vario leasing ist es anders bei vario leasing ist es so dass er jetzt hier nach vier jahren das auto ablöst das heißt ihr müsstet jetzt hier 6500 euro zahlen plus mehrwertsteuer und nochmal so eine sonderzahlung also sagen wir mal sieben oder acht tausend euro müsst ihr zahlen nach den vier jahren die wir hier oben jetzt kalkuliert haben und dann gehört das auto euch das könnt ihr einmal im gewerblichen leasing machen aber auch im privaten leasing also das ist vielleicht auch interessant ihr fahrt das auto die ersten zwei drei oder vier jahre und zahlt dann monatlich ab damit es leichter ist und dann zum schluss löst ihr dann das auto für sechs sieben acht neun tausend euro ab und dann gehört es euch spielt da einfach mal mit hier gibt es eigentlich alle möglichkeiten um es wirklich mehr anzahlung ihr könnt das auch mit null prozent anzahlung machen guckt da einfach mal rein ich finde datia sandero 90 ps renault technik absolut voll ausgestattet also was der hersteller hergibt für so einen preis finde ich sensationell günstige unterhaltskosten günstiger sportverbrauch mehr braucht man eigentlich nicht als auto ja das soll es gewesen sein mit dem datia sandero tci automatik komfort ausstattung mit extras ja dann hoffe ich dass ich dieses schicke auto dem einen oder anderen von euch ein bisschen schmackhafter machen konnte speziell mit den leasing und finanzierungsangeboten vielleicht kann der ein oder andere jetzt dann doch mal darüber nachdenken ob er sich so ein schönes auto vielleicht auch vorher schon mal leisten kann beziehungsweise gönnen kann je nachdem wie man das sehen mag macht mir gerne mal vorschläge welche autos ihr gerne in diesem format hier mal vorgestellt haben möchtet und wenn euch das ganze hier gefallen hat gibt mir gerne daumen hoch abonniert gerne meinen kanal und dann wünsche ich euch eine gute zeit würde mich freuen wenn wir uns zum nächsten video hier wiedersehen würden macht's gut tschüss